Ringgier Holstein Open 2014 Sie ist bereits eingestuft mit 87.88 im Milchtyp 87 im Körper 86 im Fundament 87 im Euter Was eine junge Q am heutigen Abend aus der Pledge-Familie Loch Nummer 5, Ladies and Gentlemen HLM Wimbo Fashion She made her best advertisement today in the show She was Champion of the Young Cows She was Reserve Grand Champion She's from the Pledge Family She's a Wimbrook Out of a Lightning Then a Mr. Sam And then a Swindinolview Pledge yourself Excellent 95 points This cow is scored She's 88 for confirmation She's 87 on body She's 86 for fetal X And she's 87 on memory system That makes her an 87 2-year-old in total What a nice cow She was Reserve Champion Day Rissi habe sieger des heutigen Tages Let's go, Brian! Hey, one of the best young cows You're going to find anywhere in the world Torben What are you going to get for? He's got a long pick What is a now What is a now 20,000 On a go 10 Now 10 Now 11 10's a bid Now 11 11,000 On a moment Nicky, you have 10,000 10, 11 Now 12 11's a bid Now 12 12,000 On a moment On bids in the stands 11,000 12 Now 13 12's a bid Now 13 13,000 On a moment I'm going to be 13 On earth 12's a bid Now 13 13,000 On a moment I'm going to be 13 12,000 Now 13 12's a bid Now 13 I'm going to be 13,000 On a moment I'm Hendrix On a 12 Now 13,000 12's a bid Now 13 I'm going to be 13,000 On a moment I'm going to be 13 On earth 12's a bid Now 13 I'm going to be 13 13 Now 13 You have 13 guys 13 Now 14,000 13's a bid Now 14 I'm going to be 14,000 On a moment This is the kind of cow Torben we all try and breed That's it right there That's her right there on stage And maybe one more time The lightning then There is a pole sister On the lightning then She's standing at Rügrüt Hall Holtzins in Switzerland She was fifth at the Swiss Expo Da ist eine Es gibt eine Vollschwester Zur Mutter Lightning Paola Bei Rügrüt Holsteins Sie war fünfter Platz Auf der Swiss Expo In Lausanne Was eine Familie Lightning Mr. Sam Winnie Now view Platsch Hendrix on 13,000 Now 14 At 13 So bid Now 14 ty I'm going to get 14,000 On a moment I'm going to get 14,000 On a moment I'm going to get 13,000 Now 13,000 At 13 So bid Now 13,000 I know that's a lot of money Torben aber nicht von diesem Fall. Wenn du eine junge Kau, die für Jahre und Jahre und Jahre und große Shows gewinnen möchtest, dann ist das die, die wir haben wollen. Das ist die, die wir haben wollen. Schau auf sie, sie ist großartig. Und das ist nicht der letzte Show, die sie heute gewonnen hat. Sie wird in den Rang in den nächsten Jahren. Sie wird die, die sie zu bewegen. Gehen sie heute. Das ist eine Windbrook. Sie ist die Windbrook, die heute gewonnen hat. Sie war Reserve Champion am heutigen Tag. und ich glaube, es war nicht die letzte Show, die sie heute gewonnen hat. Let's go! 13.1, 13.2 13.1, 13.2 Hendrix on a 13.1, now 13.2 13.1, 13.2 13.200, on a moment, I have a 13.200 13.100, 13.2 13.2, on a moment, I have a 13.2 13.3 13.2, 13.3 13.300, don't lose this cow 13.3 13.3, 13.3 13.300, on a moment, I have a 13.300 13.3 13.4 13.3, 13.4 13.4, on a moment, I have a 13.4 13.3, 13.4 You never get the opportunity to buy this kind of cow on an auction except right here, right now. 13.3, 13.4 13.3, 13.4 13.4, on a moment, I have a 13.400 13.4, on a moment, I have a 13.4 13.4, let's go on 13.4, on a moment, I have 13.4 Vielen Dank.